Was für unsere Süchtige ganz wichtig ist, man hat hier am Huhl, in der Rezeption, an der Bar, im Zimmer, überall Weilesladen. Und unser lieber Matthias, ich zeig euch mal, muss ja wissen, was zu Hause los ist, und checkt die ganzen Facebook-Seiten von allen Leuten, wie sich das gehört, dass er weiß, was zu Hause los ist. Und dass er sich was verpasst. Nicht, dass er was verpasst, der kleine Matthias. Und wir liegen hier schön am Huhl und alles ist online. Weilesladen im LTI Camellia Céline. So, was steht denn da Schönes?